ich darf jetzt reinfahren und fahr jetzt zu meinem test ja ja wohl alles klar danke die sind also recht nett hier ich wollte jetzt langsam in die teststation und las mir jetzt mal erklären wie es weitergeht hallo servus hallo stehen bleiben das ist ja gut motor aus oder bitteschön ja hoffe ich doch ich darf die maske abnehmen das aber nicht gar nicht in die nase das ist ja angenehm ja bei meinem ersten test haben wir auch noch in der nase rumgefummelt okay alles klar sind wir dann durch die zwei damen waren hier sehr nett der abstrich ging also nicht in die nase sondern nur im mund ja und hier ist letztendlich der letzte absperr und einweisungsposten zur ausfahrt ich will auch an dem langsam vorbei fragt noch mal kurz alles gut oder gibt's alles klar tschüss danke gleichfalls ciao so jetzt habe ich meinen zweiten test gemacht bin mal gespannt war nicht das ergebnis